Hallo und herzlich Willkommen zu The Elder Garment Donerim. Ich bin da alle und wir seien da irgendwie jetzt irgendwo, sagen wir mal so, wir seien von was gefressen worden oder wir seien in einer Höhle gewesen und jetzt sind wir nicht mehr in einer Höhle und jetzt müssen wir uns sozusagen mal umschauen, wo, wie, was denn da jetzt abläuft und wo wir dann jetzt hin müssen. Ich werde das dann sicherlich mit vielen Quick-Safes machen. Jep, das war mir irgendwie klar. Deswegen habe ich jetzt hinten da vorne einen Quick-Safe gemacht. Das heißt, ich darf nicht in irgendeiner Weise in so eine komische Super reinlaufen. Was wahrscheinlich einfach Magensäure ist und deswegen... Man wird jetzt regelmäßig Quick-Safes machen, weil da wird mir sicherlich noch irgendwas passieren. Und holy shit, was hat mich da gefressen? Vor allem wie, aber naja. Dort jemand ist im Schlaf gefressen worden. Das ist ja mal irgendwie ein Albtraum schlechthin, oder? Oh, da haben wir jetzt dann... Hm, da können wir nicht durch. Also, ich würde mal darauf tippen, dass mir ein Wurm gegessen hat, oder... Welche Art Wurm ist dann eher die Frage. Und weg von der grünen Soße. Obwohl Soße, naja, Suppe geht auch nicht weg vom Magensaft. Sagen wir, benennen wir es so, wie es ist. Aber da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ich frage mich da dann auch gerade, wie soll ich dann jetzt... Ähm... Komm schon, geh doch auf, hier. Wie soll ich dann jetzt, äh, weiterfinden? Ah, habe ich da auch lokale Map? Ja. Die Besätze ich ziemlich gut erkundet habe. Nur der Tinten wird es halt irgendwo weitergehen. Gott sei Dank gemacht, das Game an verschiedenen Punkten einfach nur Autosaves. Da springen wir über die Pfütze drüber. Da springen wir über die nächste Pfütze drüber. Wieder ein Quick Save. Jetzt bin ich scheinbar aus dem Maul von dem Ding rausgekrochen. Und was auch immer das war. Aber da schaut es jetzt wieder sehr steinern aus und nicht mehr so lebendig. So, nochmal Quick Save. Und jetzt komme ich da dann... Hoffentlich da raus, wo ich rauskommen will. Also irgendwo draußen. Wo denn da zu Nerim? Das hört sich gut an. Das passt mir gut. Ich habe endlich gefunden, ich hoffe, Kim und Kalista haben auch survived. Ich sollte in die Hauberhaus gehen, um es zu finden. Okay. Was ist denn, wenn es rausgekommen ist? Holy shit, sind wir weit im Norden rausgekommen. Na ja. Eingepackt. Quick Save. Und dann tippeln wir mal wieder ab in den Süden. Ab in den... Nein, besser nicht. Ohrwurm von... Boah, von wann eigentlich? Das muss irgendwann einmal nach 2000 gewesen sein. Also der Robber ist echt... Na ja. Sie hätten auch eine Statue herstellen können. Der hat gleich viel von mir mitgekriegt. Die North Plane. Okay. Uh. Na. Das ist eine schlechte Idee. Ich habe gemeint, da unten wäre jetzt ein dicker Fluss, wo ich London kann. Aber na. Da sehe ich nur ein steiniges, enges Bächlein. Und da so wieder eine Statue. Und da geht es wieder weiter nach unten. Also da wir bis zum Hafen müssen, denke ich mir, ist es eh nicht so schlimm, wenn ich da dann einfach weiter runtergehe. Denn ich muss ja ans Wasser. Aber ich glaube, ich sollte da irgendwo in der Nähe von dem Weg bleiben, wo ich hin muss. Denn ich muss da rum. Aber na ja, der Weg geht auch da schön bergab. Heilen wir uns mal wieder ein bisschen. Gehen weiter und weiter. Aber wenn die jetzt da uns in der Küche erfasst haben, dann wären es ja doof, wenn sie das Essen essen, oder? Wenn sie gemerkt haben, sind sie infiltriert worden und das in der Küche. Die Logik von manchen NPCs ist dann wieder doch unbestreitbar. Dann haben wir wieder ein Quick Save. Ich renne, glaube ich, so an ziemlich allem vorbei, was man irgendwas anhaben könnte. Weil ich es nicht sehe und das andere Zeug sehe ich mir auch nicht. Das böse Zeug. Da gibt es irgendeine Proclamation. Mittlerweile sollte man ja dann bald beim Haus am Hafen sein. Und ein jeder von euch dürfte nicht zögern, sich die Knie mit einer rostigen Klinge zu durchstechen. Denn selbst kniend ist der Mensch noch nicht würdig. Kann ich den Typ da bitte umhauen? Und den komischen Priester? Und das finde ich jetzt aber auch so. Der Kalisto hat keine Scheu, irgendwen zu töten, bla bla bla. Wenn es einfach nur darum geht, jemanden zu töten. Ah, da sieht mal einer an. Der Verschollene kehrt zurück. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Okay, Kalisto, jetzt red endlich. Da wir jetzt wieder vollständig sind, können wir ja weitermachen. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Sprengstoff so platzieren kann, dass die Sprengung auch abläuft, wie wir das wollen. Das ist etwas anderes, als ein kleines Pulverfestchen irgendwo hinzustellen und zu zünden. Wir brauchen das also gar nicht erst zu versuchen, zumal wir nur einen Versuch haben werden. Laut unseren Informationen lebt in der Wüste ein Mann, der das machen könnte. Er scheint so eine Art Einsiedler zu sein, ein eigenartiger Kauz, was weiß ich. Man sagte mir, dass er nicht mit dem Tempel zusammenarbeitet und ich denke, wir können dem vertrauen. Ihr werdet zu ihm gehen und ihn überreden, uns zu helfen. Okay. Er heißt Gabor. Wie ich hörte, hat er eine sehr seltsame Art, ist aber an sich nicht gefährlich. Passt aber trotzdem auf. Bei Verrückten kann man nie wissen. Fakt ist jedenfalls, dass wir ihn unbedingt brauchen. Also tut alles, damit er sich uns anschließt. Ich und Kim werden uns in der Zwischenzeit einem Plan ausdenken, wie wir neugierige Augen von der Statue ablenken können, um den Sprengstoff zu platzieren. Gabo ist bei Hausern. Okay. Jetzt bin ich dann also wieder ein Laufbursche. Ja, mal durch. Autosave. Boah! Warum, Game? Warum? Warum muss ich die ganze Zeit einfach in der Gegend überlaufen? Das gibt es einfach nicht. Ja, ja, okay. Du, 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 du. Ich kriege safe. Obwohl, ich glaube, ich laufe jetzt einfach durch dorthin. Wurscht, was mir vorne die Viecher verfolgen und alles mögliche. Ich tue da jetzt nichts töten. Ich laufe einfach nur durch. Und das auf möglichst direktem Wege. Obwohl, den Hügel müssen wir gerade noch Außentumor nehmen. Hallo, Spinne. Ciao, Spinne. Gott sei Dank bin ich schnell genug für so einen Blödsinn. Das ist aber nur die Frage. Geht's vielleicht noch schneller, wenn ich die, äh, die auch shiften tue. Ach, da war wieder so ein, so ein Lack. Den sollte ich eigentlich gleich essen, weil Glück brauche ich ohne Ende. Muss ich mal sagen. Aber, na ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir letztens nicht noch ein anderer Eis klar gesehen haben und die Idee dann auch nicht gegessen haben. Ah, und unsere Acrobatics Skills increaseen schön langsam. Oh, hallo ihr Robber. Ah, Gott sei Dank. Es ist ja eine Wüste, wo ich jetzt hinlaufe. Das heißt, ich kann einfach wirklich direkt die, die gerade nehmen. So, dann schwimmen wir da mal durch. Das Witzige ist, ich habe gerade, ich tue Stamina regenerieren beim Schwimmen. Wie schwimmt denn der? Oh, hallo Dino. Wieso bist denn du so schnell, bitte? So. Da ober, da ober, da weiter. Ihr habt nämlich eigentlich auch Meinung zu dem ganzen Gelaufe in Nairim. Es ist zu viel. Es wird einem zu viel Querfeldeinlaufen ab Verlangt. Ich hätte gern Portpunkte oder Portale oder sonst was, dass ich mir gewisse Wege abkürzen kann. Weil es ist so oft von mir verlangt worden, dass ich irgendwo planlos in der Gegend umherlaufe. Und da denke ich mir so, okay, ja, passt. Das ist aber uncool. Deswegen, ja. So, irgendwo in der Richtung sollte es dann auch bald einmal Gabas Behausung sein. Ich sehe es nämlich schon auf der Map. Und wie lange ich da gebraucht hätte, dort hinzukommen, wenn ich nicht einfach nur in Speed aufgedraht hätte, bis zum Gehtnichtmehr. Und wenn die Mechanics von Hügeln und so weiter da nicht completely broken waren in den Games, aber so, da wirkt es einmal so, wie wenn da jetzt Behausung von irgendwie ist. Das Holzding ist mal suspicious. Hallo? Hm. Zum Kreuzsakrament noch eins. Okay... Ihr da! Ja, ihr! Ihr müsst helfen! Ich bin hier eingeklemmt und das Feuer breitet sich aus! Die Fester müssen in die Hand gebracht werden! Da ist Springwood! Ein Teil von Lager ist in den Fels gehauen! Feuer kann dort nicht hin! Dort müsst ihr die Fester hintragen bevor Feuer sie erreicht! Und behalt euch! Feuer breitet sich aus! Wenn ihr zu lange braucht, werden die Fester explodiert! I arrived just in time, the Blaster set his storage room on fire, I need to move all the explosive barrels in here to save place! The fire won't reach the part of the storage that is carved in stone! This is where I have to put the barrels! I should take care of the barrels in the back part of the storage first! Ja... Ich habe kurz gesagt... Da? Woops! Die Fässer da sind aber alle zusammen etwas nervig, gell? Gott sei Dank zeigen wir an, dass zumindest jetzt alle vor mir seien, alle Fässer! Sehr gut! Genau da müssen Fässer rein! Ich habe gerade vorher nachgeschaut, wo denn dann... Wo, da sind noch ein paar! Nein! 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 Das kommt schon her da! Verdammte Traubmechanik da! Das nimmt schon das Fassel auf! Ich habe einen Einrod gefunden! Ich habe einen Einrod gefunden! Okay! Ein Glück, dass ihr gerade jetzt gekommen seid! Das ist ein sehr interessanter Board! Aber erstes Mal, dass es gefährlich wurde! Doch ihr habt geholfen! Oh, das hätte ich nicht erwartet! Ich dachte, ihr habt nur einen falschen Eindruck von mir! Ich bin ein Künstler, müsst ihr wissen! Sprengst! Ich komme zu! Okay! Aufräumen, mein Freund! Aufräumen! Ich muss da noch die Retorte klauen! Der ist mir nämlich zu sehr ins Auge gesprungen! Also die Expert-Sachen seien generell... Uh! Bone Mehl! Da haben wir noch ein bisschen Honig! Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Ginseng oder? Na! Mandrake Rot! Ah! Dahinter ist aber noch Ginseng! Da haben wir noch 4 Gold! Shovel! Anders Zeig! Ja! Jetzt flüchten wir auch! Jetzt liest ich nochmal schnell was mehr an das Ding! Ja! Okay! Und der kommt dann einfach hinterher! Und dafür habe ich jetzt den ewig langen Weg da gemacht, dass ich mich da kurz stressen kann! Aber, Quicksave! Und... Wieder auf die Map! Ja! Und die gehen einfach wieder die Gerade durch! Ich schwimme dann wieder durchs Wasser, renne dann die Banditen vorbei! Tue es ein bisschen mitlocken! Oh! Die werden scheinbar bis dahin nachgelaufen sein! Oder nein! Da ist er seine eigene Banditen! Jetzt erwischt sie mich eh nicht! Jetzt könnt ihr es jetzt lassen! Ah! Da haben wir wieder einen Dino! Genau! Ah! Da sind jetzt noch die Fire Antronachs, die man da vorgesehen hat! Die könnten vielleicht ein bisschen wehtun! Passt! Weiter in der Richtung! Damit ich dann wirklich einmal durchs Wasser durchschwimmen muss! Und auf der anderen Seite einfach einmal noch geradeaus auf die Straße! Denn vielleicht schaffen wir das ja auch einfach nur fertig zu kriegen jetzt in der Folge! Dass ich nachher wieder bei Kim und Kalisto hinten das Ganze machen kann! Da warten wieder ein paar Spinnchen auf mich! Hehehe! Lass mich in Frieden! So, heilen wir uns einmal wieder! Da sind die Banditen von vorher! Also wenn man sich da um nichts Sorgen machen muss, dann hat das echt was! Hallo Spinner! So! Und was ich jetzt noch mache! Was ich davor eben nicht getan habe! Ich schleiche nochmal eine Runde! Denn sobald die da jetzt hinter ein paar Starne verschwindet oder so! Sollten dann irgendwann die ganzen Mobs nämlich aufhören mir nachzulaufen! Das wäre zumindest jetzt der Plan dann gewesen! Dass... Naja! Nu scheinen sie mich zu sägen! Über... Keine Ahnung was fraue Distanz aber... Es wird schon passen! So schauen wir uns jetzt auf einmal noch an! Dinos, Spinnen, Banditen und alles in Ostjahren und dann... Dann reicht es ja eigentlich als Ablenkung dafür, dass wir die Explosives aufstellen können wahrscheinlich. Ich würde es mir nicht hoffen. Ah nein, jetzt haben sie die Fährte verloren. Und jetzt wieder nimmer. Interessant. So, und jetzt gehen wir da aber drüber. Wieder aus dem Schleichen und drüber tippeln über alles. Was bist du? Ah, die spinnen jetzt mal immer noch nachgegangen. Oh, hallo Dino. Hat sich der da kurz hergeportet? Ich kann verdammt nochmal reagieren, wie ich will. Ihr solltet aber auch mal über die Konsequenzen nachdenken. Und du darüber, was du sagst. Ich leite das hier. Ohne uns schafft ihr hier gar nichts. Humbug. Nichts da, Humbug. Außerdem müssen wir unauffällig sein. Ihr dürft nicht immer so hitzig reagieren. Halt sofort die Klappe. Seid doch in Zukunft einfach etwas besonnener. Schandmaul. Aber bitte, du kommst ja wohl auch ohne mich zurecht. Dann gehe ich eben. Callisto, ich bitte euch. Ich hab's satt. Sieh doch zu, wie du den Mist hier alleine hinbekommst. What the hell? Scheiße. Was habe ich da angerichtet? Bitte verzeih mir. Ich konnte doch nicht wissen, dass er so reagiert, oder? Es war nicht deine Fehler. Nein? Denkst du? Danke. Danke, dass du zu mir hältst. Das ist sehr nett von dir. Es gibt mir Kraft. Und jetzt? Weißt du, wie können wir weitermachen? Können wir es ohne Callisto auch schaffen? Der Orden zählt auf uns. Alles hängt von uns ab. Von dir und von mir. Ich glaube, wir müssen es schaffen. Es wird klappen. Wir sprengen die Statue und entfacht... Gut. Ganz ruhig. Während du weg warst, haben wir einen Plan ausgearbeitet, wie wir die restlichen Wachen an der Statue ablenken können, um den Sprengstoff anzubringen. Gut. Ganz ruhig. Vor Ostjahren ankert eine Galeone. Der Plan besteht darin, dass sich jemand an Bord des Schiffes schleicht und einige Kanonenschüsse abgibt, was den Wachen hoffentlich einen Angriff vorgaukelt. Sie werden die Statue als weniger wichtig erachten als die ganze Stadt, denke ich, und ihre Stellung verlassen. Dann hat der Sprengmeister freie Bahn. Du hast ihn doch überzeugen können, ja? Das mit der Galeone musst du machen, denn... Nun ja, du bist geschickter als ich und ich traue mir das nicht zu. Ich werde dem Sprengmeister an der Statue helfen. Machen wir das? Warte am besten bis ein... Viel Glück! Okay, dann haben wir jetzt auch noch ein Level-Up-Krieg. Das machen wir noch schnell und dann haben wir wieder einen perfekten Abschluss für die Folge. Level-Up-Achieved. Endurance. Yep. Und dann nehmen wir einfach noch Speed und Agility, wie immer. So, passt. Dann machen wir unseren Save. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und das war's wieder von ein Kamerale. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal und 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 bis zum nächsten Mal.